Ich freue mich jetzt, dass Aktio Grenzgänger hier auf der Bühne ist. Aktio Grenzgänger ist eine junge Band und die machen die Tracks für den Wandel. Also freut euch drauf. Macht mal ordentlich Lärm. Nächste Zentimeter, ja. Ist okay. Geht's rein? Nee, ist okay. Lass, lass, lass. Die kleine Kamera macht nichts. Kein Problem. 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 Im Krankenhaus der Menschenrechte, wer kam, sah und rottete sich aus. Der Mensch verliert all seine Schätze, auf der Erde herrscht Zukunftsmissbrauch. Wir sehen nur Elendsvererber, Potenzialvergeuder. Weltrettungsgegner, Selbstbestimmungsleugner, Gelddruckgangster, Umweltschänder, Ressourcenverschwender, EDS-versiffte Blender. Humane Ressourcen, stupide Konsumenten, Handelsware einer Industrie ohne Konsequenzen. Die Jugend wird missbraucht, ihre Energie beraubt. Sie hat genug gelitten, jetzt, jetzt, jetzt steht sie auf. Unser System ist auf dem Selbstzerstörungsdreh. Ich mach den Schild, nicht länger mit. Mit Spracherecht und zwar jetzt reicht es echt. Wir gestalten unsere Welt generationengerecht. Das ist Widerstandsmusik, endlich's wieder mal Kritik. Der Aufstand der Jugend erobert den Zinglied. Alle auf die Knie! 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 Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Raff dich auch zum Aufschrei, lass deinen Aufschrei frei. Aktiv, konsument und radikal, Aufstand der Jugend, weltweit der Skandal. Aktiv, konsument und radikal, Aufstand der Jugend, weltweit der Skandal. Ein weiterer Skandal. Ei, 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 jo, ei, ei, jo, au Wir sind die Jugend von heute und die Gesellschaft von morgen Und wir werden morgen die Konsequenzen tragen für alles, was ihr heute entscheidet Wir sind Entwicklung und wir werden nicht bis morgen warten, dass unsere Stimme gehört wird Deswegen stehen wir heute auf, das ist der Aufstand der Jugend Wir werden so lange rufen, bis man uns hört Heute überall auf den Straßen und Plätzen und morgen in den Ministerien und in den Herzen der Menschen Die Zeit ist gekommen, dass die Jugend von heute mitentscheidet über das, was morgen geht Was wir heute fordern, ist der Austausch zwischen den Generationen und gemeinsame Verantwortung auf dem Weg Richtung morgen Wir bauen uns eine Welt, in der viele möglich sind Die oberste Prämisse ist das glückliche Kind Viva la Revolucion! Hey, 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 hey Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Auf geht's. Auf geht's. Nach dem Geld zerfällt das Geld auf die Welt. Nach dem Geld zerfällt unsere Vision, denn das authentische Selbst. Die Tore ist auf die Welt, sie überwindet die Sucht nach dem Geld. Sie sind als frei, wenn das System zerfällt. Unsere Vision, denn das authentische Selbst, die Jugend bringt das Neue auf die Welt. Sie überwindet die Sucht nach dem Geld. Sie sind als frei, wenn das System zerfällt. Unsere Vision ist das authentische Selbst. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind laut.